ÖFB-Legionär Matthias Honsack hat sich am Dienstagabend einen Bruch auf dem rechten Arm zugezogen. Im Spiel von Holstein Kiel gegen Union Berlin prallte er bereits früh in der Partie mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich dabei die Verletzung zu. Der 21-jährige Leihspieler von Red Bull Salzburg fällt definitiv für die nächsten fünf Wochen aus. Die Partie gegen die Mannschaft von Christopher Trimmel ging mit 0 zu 2 verloren. Der elffache U21-Nationalspieler wechselte im Sommer von Salzburg für eine Saison in den Norden Deutschlands. In der laufenden Saison kam der linke Flügelspieler achtmal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor, zwei weitere Treffer bereitete er vor. Platzdienst Torrediv.1.1 FC Köln 718 zu 117.162 FC Union Berlin 711 zu 56.133 SG Dynamo Dresden 710 zu 73.124 Arminia Bielefeld 711 zu 101.125 Hamburger SV 610 100.126 VfL Bochum 713 zu 76.117 SP VGG Greuther Fürth 611 zu 74.118 SV Darmstadt 9.878 zu 9.109 SC Paderborn 076 15 123.910 Holstein Kiel 79 zu 10 1911 FC St. Pauli 610 zu 13 Minus 3912.1 FC Heidenheim 69 zu 72.813 SSV Jan Regensburg 610 zu 100.714 FC Erzgebirge Aue 68 zu 9 1715 FC Ingolstadt 77 zu 15 8.516 Magdeburg 67 zu 9 2.417 SV Sandhausen 62 zu 10 8.218 MSV Duisburg 63 zu 11 Minus 81 Werbung Werbung depreciate 23.816 2.516 2.516 3.816 4.516 4.517 5.617 5.616 5.617 5.717 6.817 6.817 7.17 7.17 8.17 7.17 8.17